nächsten auftrag garlex aufgabe theatralische schlüssel davon haben eigentlich mehr als genug machen wir mal hier mit dem tierwesen weiter interessiert mich übrigens auch so ein bisschen das ist also draus gut sag schon mal super wenn man überlegen ob ich auch mal gleich aufgase ich habe nämlich hunger wird er erst am unterrichtsorten verschläft weil er zu lange gewartet hat das kann man mal machen beginnen wir mal sie haben schon einige der tierwesen kennengelernt die wir hier studieren man sollte diesen kreaturen mit dem nötigen ernst begegnen sie sind alle auf ihre weise gefährlich ist ein dodo wenn man nicht weiß wie man richtig mit ihnen umgeht das ist ein dodo anscheinend sind viele von ihnen aus der übung gehen wir noch einmal die grundlagen durch wie man sich um ein tierwesen kümmert ja das ist ein dodo gewesen würden sie bitte unseren neu zugang in der heutigen stunde helfen ja professor hauen hallo ich bin poppy poppy sweeting keine sorge wegen professor hauen sie übertreibt manchmal alle tierwesen hier sind ungefährlich miss sweeting passen sie bitte auf die zunge eines knudelmurfs hat es durchaus in sich interessant ja professor dass der kleine mit seiner zunge alles anstellen kann entschuldigung achte bloß auf seine zunge okay kannst meine bürste benutzen sei sanft und denk an was schönes ich stelle mir gern vor dass es ihm dann noch mehr spaß macht ernsthaft und nun kann ich ihn noch in die luft jagen was ist wenn ich aus versehen er fühlt sich sicher viel wohler ich glaube er hat hunger würdest du ihm etwas tierwesenfutter geben was denkst du wonach das granulat für charald schmeckt ich hoffe nach süßigkeiten charald mag dich da bin ich mir ganz sicher das freut mich er scheint sehr lieb zu sein das ist er güte ist eine seiner besten eigenschaften gleich nach ehrgeiz also er kackt die nicht auf den schoß der ist ja schon knudelig die kniesel also so katzenartige viecher knieselschnurrbart haare sollten mir ein paar knuds einbringen genug für einen einkauf beim honigtopf blödes vieh natürlich du bist seltsam poppy sorgst dich wegen diesem blöden vieh ihr name ist per sephanie ihr name ist per sephanie das ist echt nicht lustig er hat gerade versucht der katze ein paar bartharre auszureißen um kohle zu kriegen recksau diese beiden haben nichts in der nähe der klasse zu suchen zukünftige wilderer per sephanie hat sie sofort entdeckt danke für deine hilfe machen wir weiter füttere und bürste die kniesel so wie du es bei charald getan hast die kniesel haben dich wirklich gern ja was na siehste oh nein bitte schließen sie die gehege und gehen sie hinaus nun wo ist denn unser neu zugang ich bin doch hier die eule na dann was hat die alte denn schon wieder da sind wir mal nicht zu dem lesen die bieten uns materialien voller magischer kräfte bei der richtigen pflege das bedeutet auch sie nicht für ihre schnurrhaare zu quälen das haben sie übrigens gut gemacht überlassen sie es aber das nächste mal lieber mir ja nur gesagt dass es nicht lustig ist die sind fast so schlimm wie die rohlinge aus ruckwoods meute von wilderern leider sind wir es die darunter leiden naja theoretisch können wir die ja mal fesseln wesen eine furchtbare verschwendung sicherlich kann jemand die wilderer zur rechenschaft ziehen das ministerium vielleicht wie optimistisch von ihnen aber warum konzentrieren die bilder nicht selbst mal ein paar sackhafte ausreißen was wir kontrollieren können professor weasley bat mich einige aufgaben vorzubereiten die ihnen helfen sollen zu den fünftklässlern aufzuschließen halten sie ausschau nach meiner eule in der zwischenzeit reite ich ihnen sich wissen über so viele tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen ja so ein paar köhte haben wir schon mal platt gemacht gut gut eines knudelwurfs nochmals vielen dank dass du etwas gesagt hast so dass ich es nicht musste du warst wie ein augury am mittag in der wüste ich habe keine ahnung was das ist ich hoffe das ist etwas gutes das sagen meine oma und ich immer es heißt jemand oder etwas ist eine willkommene überraschung oder zumindest bedeutet es das für uns ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun wir sind uns ähnlich tatsächlich alles klar interessant jetzt bin ich neugierig nun gut geh voran das hatte ich gehofft wenn das jetzt ein böses spiel wäre würde sie mir wahrscheinlich ihre pussy vor nein okay wir werden eine gute freundschaft haben denke ich na dann ich habe bestimmt irgendwo ein tierwesen gezichtet ja wahrscheinlich zu irgendeinem komischen Dingsbums Nest kann man aber auch falsch verstehen mit den kaputten gedanken blödes internet warum hat das internet mich so versaut oh ein hypogreif das hat mich jetzt wirklich überrascht das ist wolkenschwinge ist sie nicht einfach wundervoll na los sag ihr hallo aber vorsicht du musst hippogreifen immer mit höflichkeit begegnen bevor du dich näherst mit dem gut kann sie mir nicht mehr ins gesicht sehen das ist sehr unhöflich ich wusste es ich habe noch nie erlebt dass sich ein hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt du kannst sie gerne füttern und bürsten wenn ich zeit habe schaue ich nach ihr bringe ihr was zum naschen und erzähle ihr was im schloss los ist man sieht es ihr nicht an aber sie ist eine furchtbare wichtig tourin aha ah super finde ich nicht schlecht so und jetzt mit unserem explosionszauber das Vieh vom himmel holen mal Federschmuck drauf ja die kriegt doch schon Hunger ne und saftige so saftige hypogreifenkeule ich finde sie genial nicht zu fassen dass du mich ihr vorgestellt hast ich wusste dass ihr euch verstehen würdet sehen die Schüler etwa deinetwegen hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen hm könnte gut sein wusstest du dass ein hippogreif immer für einen da ist wenn man sein Vertrauen erlangt hat ich habe das mit ihr selbst erlebt sag mal wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet das ist eine lange Geschichte aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht danach war alles gut bis jetzt wie du vielleicht weißt haben wir hier ein Wilderer Problem ich befürchte sie könnten sie erneut einfangen und dann bin ich vielleicht nicht da Professor Hauen hat die Wilderer auch erwähnt sie meinte wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Hauen aber ich fürchte sie hat recht der Einfluss der Wilderer wächst ich sehe sie täglich im Dorf sie spazieren herum und reden mit den Leuten die haben irgendwas vor ich weiß nur nicht was das kriegen wir raus das klingt seltsam als ob die etwas vor hätten ganz genau ich werde dem mal nachgehen herausfinden was los ist was sie tun das ist eine gute Idee Wissen ist Macht und je mehr ich weiß desto besser kann ich sie beschützen du wirkst unbeirrt erzählst du mir was du herausfindest oh also gut mache ich ich muss los aber ich hoffe wir sprechen uns bald wieder super machen wir mal ein paar Jagd auf Wilderer geht ja wohl nicht einfach hier die Tierwesen schlachten und melken ne 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 das machen wir mal nicht ähm ansonsten war das eigentlich ganz gut Aufträge schaffe eine Olraune Schlüssel hinter den Monden ja dafür brauche ich aber ah hallo ich frage mich ob sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten ich könnte ihre Hilfe gebrauchen na selbstverständlich die hat uns gegen diesen Halunken geholfen vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr sie hat sich irgendwie verändert denkst du an dein Versprechen sie mit mir zu besuchen ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf dich dort zu sehen es liegt südlich von Hogwarts hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht er gehört zu meinen absoluten Favoriten das machen wir sogar es ist schon mal ganz gut dass wir ein paar neue Schatten des Anwesens trifft Sebastian in Feldcroft oder sprich mit Deak mir doch irgendwas von drei Besen gesagt machen wir wir haben jetzt auf jeden Fall wieder einiges an Aufgaben bekommen ich würde jetzt erstmal zu der Dame zu den drei Besen gehen einfach aus dem Aspekt her dass die uns ganz gut gegen diesen Halunken geholfen hat giftige Rache ein Mann steht hinter den drei Besen und mumelt vor sich hin soll ich eingreifen? ja auf jeden Fall könnten wir sogar theoretisch zwei Sachen mit einer Klappe schlagen ich weiß nur nicht woher wir das jetzt haben ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört ich bin ganz außer mir vor Sorge können wir uns im Innenhof treffen? den alten Sprüche klopfer werd ich's zeigen Sir ist alles in Ordnung? danke der Nachfrage mein Name ist Ackley Barnes und nein ganz und gar nicht ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt als es gerade Fahrt aufnahm er meinte ich sei zu explosiv dem zeig ich mal explosiv das muss frustrierend für sie gewesen sein ja das war es schrecklich ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit also du hast irgendwas die Luft gejagt er kann auch leidenschaftlich sein und daran werde ich ihn erinnern indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme eine Venemosa Tentacula die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte ich komme nicht mal in die Nähe wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet sicher auf Lawleys bitte hin aber ein Kind würde niemand verdächtigen hm was halten sie davon schweren Pflanzendiebstahl zu begeben? hm ich glaube ehrlich gesagt nicht dass ein Schüler das für sie tun sollte ach das ist doch nichts und er hat es verdient glauben sie mir sie werden das im Nu erledigt haben na gut na gut sie haben mich überzeugt ich sehe sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden nehmen sie so viel Kräuterkundebedarf wie sie nur möchten während sie da sind ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula nicht vergessen ich brauche nur die Venemosa Tentacula jo ich will aber vorher ich muss wohl Mr. Lawleys Keller finden das muss es sein was wenn ich da reinspringe das ist der Keller ich muss die Venemosa Tentacula finden Mr. Lawley darf mich nicht erwischen hey man gewöhnt sich an das Schlösser öffnen wo ist die Venemosa Tentacula da sieht man es doch interessant ist weiß ich hier nicht schon mal hab ich nicht schon mal sowas dass sie noch nicht das ganze Haus übernommen hat aber braucht man theoretisch gegebenen falls die spinnen mal raune okay das ist schon mal ganz gut dann hab ich mir nämlich schon mal theoretisch eine allraune ähm komm schon wenn wir ja schon mal einen Einbrecher spielen können wir auch alles machen ich habe die Venemosa Tentacula jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück mal gucken ob ich hier schon alles habe sieht aber für mich eigentlich gut aus gut aus wenn wir ja schon mal Binde natürlich. Was ist, wenn ich einfach weitergehe? Okay. Ich muss es also so machen. Verstehe. Hat er noch nicht mal gemerkt. Das ist ja schon mal gut. Und die wächst bestimmt nach. Das haben ja Pflanzen in der Regel so an sich. Ich würde zu gern Lolis Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Loli geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkos. Ich würde zu gern Lolis Gesicht sehen, wenn er das...